Scannen eines Fotos mit Ihrer Webcam mit HP Smart für macOS Erfassen Sie ein Dokument oder Foto mit der Webcam Ihres Gerätes in der HP Smart App. Danach können Sie es bearbeiten und per E-Mail oder über soziale Medien teilen. Öffnen Sie zunächst die HP Smart App. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf Scannen. Klicken Sie auf Konto erstellen, um sich für ein HP Smart Konto zu registrieren, um mit dem Scannen mit Ihrer Webcam zu beginnen. Wenn Sie bereits über ein HP Smart Konto verfügen, klicken Sie auf Anmelden, um sich bei Ihrem Konto anzumelden. Klicken Sie auf Erste Schritte. Das Fenster Scannen wird geöffnet. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Kamera. Der Bildschirm Erfassen, Speichern und Freigeben wird geöffnet, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal scannen. Klicken Sie auf Erste Schritte. HP Smart benötigt zum Scannen Zugriff auf die Webcam Ihres Geräts. Wenn Ihre Kamera noch nicht für HP Smart aktiviert ist, fordert die App Ihre Erlaubnis zum Zugriff auf die Kamera an. Klicken Sie auf Datenschutz öffnen, um die Mac Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen zu öffnen. Klicken Sie im linken Bereich auf Kamera und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben HP Smart. Schließen und öffnen Sie die HP Smart App erneut, damit die Einstellungen wirksam werden. Sobald HP Smart auf die Webcam zugreifen kann, wird die Kameravorschau angezeigt. Halten Sie das Dokument oder Foto vor die Kamera und klicken Sie auf das kreisförmige Symbol. Das Fenster Kanten erkennen wird angezeigt, wenn das gescannte Bild nicht zufriedenstellend ist. Klicken Sie auf den Zurückpfeil in der linken oberen Ecke, um es erneut zu scannen. Wenn Sie mit dem Scan zufrieden sind, halten Sie einen der blauen Punkte gedrückt, um den Bildrahmen anzupassen und klicken Sie dann auf Anwenden. Das Vorschaufenster wird angezeigt. Sie können Ihrem gescannten Dokument weitere Seiten hinzufügen, Ihre mehrseitigen Scans neu anordnen, den Dateinamen oder Typ ändern oder das gescannte Bild bearbeiten. Wenn Sie Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Fertig. Der Vorschaubildschirm zeigt die gescannten Dokumente mit den vorgenommenen Änderungen an. Klicken Sie auf Drucken, um Ihren Scan zu drucken. Um den Scan auf Ihrem Mac zu speichern, klicken Sie auf Speichern. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie den Scan speichern möchten, und klicken Sie dann auf Speichern. Um Ihren Scan per E-Mail oder in sozialen Medien freizugeben, klicken Sie auf Teilen und wählen Sie die gewünschte Freigabeoption aus. Sie können Verknüpfungen zum Drucken, versenden per E-Mail oder Speichern der gescannten Dateien in Ihrem Cloud-Konto von HP Smart aus erstellen. Um eine Verknüpfung zu erstellen oder eine vorhandene zu verwenden, klicken Sie auf Verknüpfungen. Um den Scan als Fax zu senden, klicken Sie auf Fax. Klicken Sie auf die Registerkarte Wiedergabelisten, um Ihre Sprache zu finden. Hier finden Sie offizielle HP Support-Videos.